Hallo, Servus, Ingo ist hier. Ich melde mich mit drei ganz kurzen Tipps zu Lightroom, die uns extrem helfen, um Darstellungen zu machen oder in irgendeiner Form den Workflow zu beschleunigen, beziehungsweise der dritte Hack ist ein Vorher-Nachher. Als erstes, uns fragen ganz oft viele, wie man das hier anschauen kann. Schaut es mal her, ich drücke auf eine Taste und dann schaut es so aus. Das ist einfach phänomenal, auch um einen Screenshot zu machen, einen schnellen und so weiter und so fort, oder bei Insta-Story irgendwas zu zeigen. Die Leute fragen, wie kriegt es denn das so weiß hin? Das zeige ich hiermit in diesem Tipp. Und zwar geht es oben auf Datei, dann gibt es hier, beziehungsweise Lightroom, Entschuldigung, auf Lightroom, Voreinstellungen. Und bei Voreinstellungen gibt es diesen Reiter Benutzeroberfläche. Hier hat man bei der Bildschirmfarbe Standard wahrscheinlich als schwarz eingestellt. Wir haben das ganz, bei der ersten Installation gleich, stellen wir es immer auf, genau, schwarzes Standard, auf weiß um. Und das ist im Endeffekt auch schon das Ding. Es gibt bei der Taste L, die man dann drücken muss, zwei Phasen. Also man muss jetzt, wenn es ganz weiß wird, zweimal L drücken. Man kann das aber natürlich auch hier mehr oder weniger mit 90% gleich mal machen, aber es gibt eine Dimmstufe. Das ist das erste L, macht da das, was da eingestellt ist. Beim zweiten L ist es ganz weiß. Also schauen wir nochmal her, beim ersten L sieht man, es ist eine 80%ige Transparenz dahinter, zweites L komplett weiß. Also Taste L wird wahrscheinlich Windows und Mac gleich sein. So, der zweite Tipp ist ein schneller Zugriff zu Vorher-Nachher. Hier unten sieht man Vorher-Nachher-Optionen, nachher links, rechts irgendwas einstellen. Wenn man das so draufklickt, dann kriegt man hier die Vorher-Nachher-Option. Da kann man auch reinzoomen und ein bisschen hin und her schieben und so weiter. Alles schön und gut. Gut, dann kann man hier noch die Ansicht ändern, oben und unten, in der Mitte quer durch. Auch hier hat man die Möglichkeit, wenn man reinzoomt, das nach oben und nach unten zu schieben. Dann hat man, wenn wir wieder rausgehen, hat man noch eben links, rechts, oben, unten. Genau, eben genau ganzes Bild links und rechts. So, mir gefällt das persönlich nicht, weil ich kann da nicht so einen richtig guten Vorher-Nachher-Effekt sehen. Den Vorher-Nachher-Effekt, den sehe ich bei Shift-V. Shift-V ist einfach wirklich Vorher-Nachher. Und das ist einfach, da kann das menschliche Auge am meisten damit anfangen, wenn ich sofort die Änderung sehe. Also, Shift-V für den Shortcut, den findet man da auch Sony drin, den muss man sich ein bisschen merken, weil einfach ins Herz einbrennen, wenn man viel vorher-Nachher schauen möchte. Und der dritte Tipp ist, viele fragen uns immer, Lightroom, da rechnet es unten dann immer, Daten werden geladen und so weiter. Wie kann ich denn mein Lightroom ein bisschen schneller machen in der Bearbeitung? Also, wir machen das regelmäßig, speziell, wenn wir einen Katalog oder sowas importieren, dass wir schnelleren Zugriff auf die Dateien brauchen. Weil dieses Werte-Laden, das kann schon bei drei, vier Sekunden dauern, bei tausend Bildern, drei Sekunden warten, sind 3000 Sekunden, do your math, dann kannst du selber rausfinden, wie lange man eigentlich dort Zeit verschwendet wegen dem Programm. Da gibt es auch noch einen Hack, dass wir mit einem externen Programm für Bildauswahl arbeiten, aber hier in Lightroom, um das zu beschleunigen, alles markieren oder die Dateien markieren, die mir jetzt wichtig sind, auf Bibliothek, vorschauen und eins zu eins vorschauen erstellen. Das heißt, Lightroom erstellt aus deinem RAW eine Vorschau, weil es kann ja auch mit RAW-Dateien jetzt nicht direkt das Ganze anzeigen, sondern es wird daraus, wenn Vorschau-Dateien erstellt und die müssen erst generiert werden. Und das ist immer dieser Prozess, der dauert. Wenn jetzt, je nachdem, wie viele ich jetzt hier Bilder habe, umso länger dauert das natürlich auch. Und wenn ich jetzt sage, okay, ich habe da ein paar Bilder, ich möchte aber dann schnell durchgehen, dann lasse ich das im Hintergrund rechnen, mache zwischenzeitlich was anderes, natürlich nicht mit Lightroom, sondern ich kann auch parallel arbeiten, aber ich gehe meistens irgendwas anderes, schreibe mir Mail, bearbeite irgendwas anderes und so weiter und so fort und dann komme ich zurück, ist es fertig und dann kann ich schnell durcharbeiten. Also hier Vorschau erstellen und dann läuft oben hier der Prozess, wenn es fertig ist, dann sind alle Daten immer ganz leicht erstellbar. Also man kann dann rein und dann steht hier unten nichts von Daten laden. Wenn wir jetzt hier mal reinschauen, es werden alle schon gerechnet sein, weil der Katalog schon älter ist, mehr oder weniger, aber die eins zu eins Vorschauen sind sehr, sehr entscheidend für die Schnelligkeit in Lightroom. Da geht ja eh einigermaßen schnell bei 150 Bildern, wie man oben sieht, alles gut. So, das waren meine drei Lightroom-Tipps, die euch ein bisschen das Leben erleichtern sollen. Und zu guter Letzt noch ein Tipp, den ich hier noch loswerden möchte, was uns extrem in der Bearbeitung hilft, ist einfach mit Presets zu arbeiten. Ihr seht es hier schon, wir haben hier jede Menge Presets von uns. Wir haben mittlerweile fünf Packs rausgebracht, eins bis fünf. Wir haben Print-Presets, Moodboards und so weiter und so fort. Und das Nutzen der Presets ist einfach ein irrer Zeitvorteil. Das hier zum Beispiel ist Classic 1, Vorher-Nachher ganz kurz. Das ist einfach was, wo wir einfach schnell durchgehen können. Wir haben einen Look finden können und einfach eine konsistente Bildbearbeitung haben können. Die Candy Volume 5 ist jetzt aktuell gerade rausgekommen. Und es ist unser beliebtestes Pack bisher in den letzten sieben Jahren. Und schaust einfach mal an. V5.candypresets.com Und wir freuen uns, wenn du mit dabei bist. Es gibt eine 14-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Also test sie aus, wenn sie dir nicht gefallen, wenn der Look für dich nicht passt, dann kriegst du auf alle Fälle innerhalb der 14 Tage das Geld zurück. Liebe Grüße an meiner Stelle und wir freuen uns. Bis zum nächsten Video. Tschüss, ciao. Tschüss, ciao. Untertitelung des ZDF, 2020